Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Bitte? Bitte? Da brauche ich auch nochmal einen Schlüssel. Kommt der jetzt hier hoch? Oh mein Gott! Jo Freunde, was geht ab? Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück hier auf dem Kanal mit mir, eurem Whitey-Freunde. Heute geht es weiter mit Hello Neighbor 2. Der erste Part kam eigentlich recht gut bei euch an. Deswegen vielen, vielen Dank für den Support auf jeden Fall. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Wir sind jetzt ja hier vor dieser Bakery, vor diesem Brezelladen oder an der Bäckerei auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was es auf uns zukommt, Freunde. Wir müssen immer noch zusehen, dass wir den Nachbarn hier das Handwerk legen, weil eine kleine Kinder einführen ist hier nicht drin, Freunde. Also lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schaut euch gerne die anderen Videos an und schaut gegebenenfalls auch gerne mal auf Twitch vorbei. Und jetzt gehen wir rein da. Hallo! Ich, äh... Boah, die hat aber geile Croissants, ne? Ach, die Donuts, Alter! Boah, XXL-Donuts! Ui! Hä? Hi! Da hinten ist ne Katze? Wat? Oh Gott, ich, okay, wir müssen... Okay, wir brauchen auf jeden Fall Tasten für die Registrierkasse. Okay. Okay, das, äh, hab ich da schon mal rausgefunden. Ich hätte gerne ein Croissant. Gute Dame. Hallo? Haben sie auch einen Schinken-Kä... Ein Schinken-Käse-Croissant? Die Dinger lieb ich ja, ne? Schinken-Käse-Croissant sind mega, ja. Welche Croissant-Art mag ihr am liebsten? Okay, so, wir gehen rein. Beziehungsweise wir schauen uns mal kurz hier oben. So, hallo? Hallo? Die ist also die Böse dieses Mal. Woher willst du das wissen? Okay, kein Problem. Jetzt... Jetzt wissen wir's. Jetzt kümmern wir uns drum. So, vielleicht komm ich auch von hinten hier wieder rein. Wir schauen mal. Okay, die Katze hat Hunger. Okay, alles klar. Das heißt, wir brauchen... Okay, wir haben einen Key. Wir haben einen Schlüssel, der war bei ihr in der Booty-Tasche. Okay, das ist wunderbar. Ich hab den erst gar nicht gesehen. Das ist wunderbar. Okay, da vorne ist ein Feuerlöscher. Kurz einen Überblick hier machen. Okay, alles klar. Wie kommen wir da von hinten? Wie gehen wir da von hinten rein? Safe. Nein, nicht werfen! Da ist das Leckerli für die Katze. Perfekt. Okay. 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 Das war knapp. Was ist denn los mit dir, du Katze? Friss! Okay, die frisst du jetzt. Die hat einen Knopf. Die hat... Ah! Die hat einen Knopf von der Kasse. Okay, wir haben die 1. Perfekt. Ich geh den auch sofort ranballern. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 fehlen jetzt noch. Okay. Die hier irgendwas liegen? Nee, ne? Ich geh mal hier lang. Okay, da kann ich mich verstecken. Perfekt. Ich kann hier hoch. Sie haben Kundschaft. Unten. Da möchte jemand einen XXL Donut kaufen. Okay, da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Kann ich nie aufmachen leisten. Die kommt wieder, ne? Ja, ich wusste es. Die kommt aber schnell hier hoch, ey. Hallo, ist jemand da? Ich hätte gerne einen XXL Donut. Einen schönen pinken mit Streuseln. Aber schnell. Oh nein, ich Idiot. Oh mein Gott. War das knapp. Kann ich leider nicht. Auch nicht. Geh mal kurz raus hier. Hab noch nicht ganz rausgefunden. Okay, da komm ich nicht hoch. Das muss ja irgendwas zu sagen haben. Für hier draußen, ne? Für das hier. Weil das ist ja... Weil guck mal hier. Achso, das geht hier runter. Ich hab jetzt aufgedreht, ne? Weil, wenn ich da dran drehe, dann... Oder ist das das Gas? Die ist nicht da. Vielleicht hab ich das Gas... Ne, ich hab mich nicht... Da drin ist was. I knew it. Feuerlöscher, schnell. Schnell. Gut. Was ist das? Was ist das? Ich muss... Ach, kann das sein, dass ich da was reinlegen muss? Oder hab ich jetzt irgendwas... Ich hab aber nichts aufgenommen jetzt. Okay, wir müssen da was reinlegen, glaub ich. Den Schlüssel mit dem Eisblock. Okay. Okay. Okay, I did it. Und, okay. Wir müssen den Eisblock ins Feuer legen. Er schmilzt. Ich muss dann mit dem Feuerlöscher drauf den Schlüssel rausnehmen und dann hab ich für oben den... Oh Gott. Einmal jetzt rum, 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 rum. So, genau. Jetzt hier rüber. Stell, 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 stell. Zack. Schnell, schmilzt doch! Oh! Oh! War das knapp. Okay, wo war das Schloss? Hier. Perfekt, was ist da drin? Okay, haben wir. Let's go, weiß das? Die Nummer 6, perfekt. Okay, haben wir. Let's go, okay. Feuerlöscher, so, Schere. Wir brauchen gleich für irgendwas noch die Schere. Mal kurz hier schauen. Ob hier noch irgendwas im Kühlschrank ist. Croissants, Kuchen. Was hab ich jetzt gemacht? Oh, shit, 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 shit. Die verfolgt mich aber richtig. Okay, was ist hier auf dem Dach? Gar nichts? Oh! Die riecht da dran. Warte mal. Warte mal. Was könnte das bedeuten? Was ist das? Ah, ich kann... Ah, mit einer Schere. Da ist die Nummer 5. Mit einer Schere. Let's go. Ah, perfekt. Okay, wir haben die Nummer 5 gefunden. Mega. Okay. Heißt, es fehlen nur noch die Nummer 7. Perfekt, okay. Nummer 5 ist auch drin. Sehr gut. Okay, jetzt fehlen nur noch die Nummer 6. Äh, 7 meine ich. Hi. 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 Es fehlt ein Zeiger für die Uhr. Okay, das haben wir schon mal rausgefunden. Okay, die ist weg. Oh! Da ist der Uhrzeiger. Oh mein Gott. In dieser komischen Decke da. Oh mein Gott. Ich hab den Flicken nicht gesehen. Ich bin da bestimmt schon tausendmal dran vorbeigelaufen, ey. Wenn die Alte jetzt weg ist hier. Ihre. Ihre Brötchen backen da. Dann gehen wir die Uhr da drauf ballern. Ich hoffe, ich muss sie nicht auch nur einstellen, ey. Das wär's nämlich. Ich hab keinen Anhaltspunkt, wie viel Uhr. Doch, warte mal. Unten auf den Dingern stand irgendwann mit 15. Ach ne, ja, stand 15, 71. Aber das kann ja nicht sein. 15, 71 kann nicht sein. Ne. Ich hab keinen Anhaltspunkt, wie viel Uhr ich das stellen muss. Keine Ahnung. Das ist ja perfekt jetzt. Das ist ja perfekt jetzt. Oh mein Gott, ich hab einfach nur gedreht. Ich hab einfach nur gedreht. Oh mein Gott. Oh, was ein Glück. Oh mein Gott, was ein Glück. Let's go. Und jetzt? Also warte, warte, warte. Da steht der Preis. Jetzt. 15, 76. Was haben wir jetzt? Einen Scherenschlüssel? Wofür? Oh, fürs Museum. Eventuell. Okay. Okay, wir sind drin. Okay, was ist ein Haus? Kann es sein, dass ich... Okay. I see. I see. Okay, wir müssen Modellhäuser suchen. Alles klar. Alles klar. Hier ist Geräusch von diesem komischen... Okay. Echt jetzt? Jetzt sitzt er hier wieder rum? Nein, ich brauche eine Schere. Oh, ich dachte, ich könnte da mit dem Brecheisen reinwämsen, ey. Ich dachte, ich könnte da mit dem Brecheisen reinwämsen. Das war ein Spinnenweben. Ach so. Oh mein Gott. Okay. Hör mal zu, du alter Kindereinführer. Verschwinde. Da ist der zweite Haus. Da ist der... Okay, wir haben das zweite Haus. Perfekt. Perfekt. Er hockt einfach im Museum. Okay. Okay, jetzt fehlt nur noch ein Haus. Wo ist er jetzt? Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Bitte? Bitte? Da brauche ich auch nochmal einen Schlüssel. Kommt der jetzt hier hoch? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da liegt überall Glas auf dem Boden, ne? Es ist bodenlos. Das bin ich hier nicht. Gott, der kommt hier rein. Oh oh! Bitte geh wieder raus! Danke. Okay. Kann ich hier irgendwas aufmachen? Kofferraum. Motorhaube. Irgendwas. Ich muss da... Ich muss da was... Okay, ich muss da was dran setzen. Ah, okay. Okay, ich brauche einen Griff. Alles klar. Okay, ich brauche einen Autogriff. Okay. Es ist sehr dunkel hier. Es ist sehr dunkel hier. Ich sehe gar nichts. Aber ich kann mich hier anscheinend verstecken. Kommt der jetzt hier runter? Ich hoffe nicht. Oh, okay. Okay. Okay, das muss ich vorne dran setzen. Diesen alten Wildschweinkopf hier. Okay, den muss ich hier doch nicht dran setzen. Aber egal. Oh mein. Ich gehe hier hoch. Ich gehe hier einfach hoch. Ey, der Wildschweinkopf kommt bestimmt über dem Kamin oder so. Ey, der wird bestimmt über dem Kamin aufgehangen. Safe. So safe. Oh! Hau ab! Geh weg! Wie geht das? Ich brauch einen Schraubenschlüssel. Ich brauch einen Schraubenschlüssel. Okay. Nicht am Kamin. Nicht am Kamin. Hier, 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 hier. Okay. Okay. Ich wollte ihn ansprühen. Ich hab Angst gehabt. Ich hab Angst gehabt. Okay. Ich hab aber gesehen, oben heißt noch was mit Brecheisen. Ich hab's gesehen. Versteh nicht, warum ich das hier nicht einfach zerdeppern kann. Au, 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 au. Da muss ich auch noch raus. Okay. Okay, der steht da auf der Treppe. Okay, er geht runter. Perfekt. Perfekt. Okay, dafür bräuch ich Schlüssel. Schlüssel. Okay, er ist da unten. Er setzt sich da hin. Oh mein Gott, gut. Gut. Ah. Ne. Irgendwo ist ne. Da. Oh. Da ist ein Kind drin. Glaube ich zumindest. Oh mein Gott, nein, oder? Habe ich jetzt gerade was gehört, oder bilde ich mir das jetzt ein? Hört mal, hört mal. Ich höre doch jemand weinen. Safe hat er den oben eingesperrt, auf dem Dachboden. Junge, bist du da drin? Ich komm. Ich hole dich da raus. Alter, wie weit hoch, ne? Oh mein. Okay, ich brauche nur ne zweite Antenne. Okay. Okay, wir brauchen ne zweite Antenne. Oh mein Gott. Da ist 100%ig ein Kind drin, ich höre es. Das gibt es doch nicht. Auf dem Dachboden, ich hab's gehört. Junge, ich hole dich da raus. Ich hole dich da raus, mein Freund. Ich hole dich da raus. Okay, 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 verstehe ich. Ich verstehe es. Wenn wir oben die... Scheiße. Wenn wir oben die zweite Antenne dran machen, ne? Wenn wir oben die zweite Antenne dran machen, dann kann ich den Fernseher regulieren und einstellen. Ja, that is it. Oh mein Gott. Stimmt, da war ich noch gar nicht drin, ne? Stimmt. Wo bin ich? Jetzt bin ich wieder hier. Ach so. Okay. Ja, 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 ich verstehe. Wenn ich hier alle drei Häuser habe, dann geht da das Ding an auf der Tresor. Okay, 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 okay. Was ist da drin? Ein Schlüssel. Okay, war mir schon klar. War mir schon klar. Oh, 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 oh. Schnell, 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 schnell. Was ist das? Was ist das? Ne Lampe. Ne Lampe. Okay, das lasse ich noch zu jetzt. Ah, da muss die... Ach so. Ja, 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 okay. Okay, wo bin ich? Wo bin ich? Ich lasse das noch zu. Ich will nicht, dass der Boy da durchkommt. Ich will nicht, dass der da durchkommt, deswegen lasse ich das noch zu, je? Ach, jetzt bin ich in dem... Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin, ja. Jetzt bin ich... Ja, 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 okay. Ich bin jetzt in dem Raum, wo ich... Ja, ja, okay. Da vorne ist nämlich die Garage. Genau. Aber warum das nicht aufgeht, ne, das verstehe ich auch nicht. Es ist mega dunkel. Also ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt hier sein soll. Ich sehe es nämlich noch nicht. Da liegt ein Schlüssel, der Herzschlüssel. Oh mein Gott, Marcel, du blind Fisch. Mann, ey, der liegt doch da. Ah, okay. Nein! Oh mein Gott! Es geht noch hinter mir, ne? Ich hau ab. Ja, holt ab. So, schnell, 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 schnell. Und erst mal Tür zu. Herzschlüssel ist da. Okay. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Was kann ich denn mitnehmen? War das jetzt Tag 2? Der Jäger? Auf was zielt er? Da hängt die Schaufel jetzt. Junge, das wird immer mysteriöser hier, ne? Das wird immer mysteriöser hier. So, Freunde, das war's für heute. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das lasst einen Daumen nach oben da. Supportet das Video. Schreibt für den Algorithmus gerne was in die Kommentare. Würde mich freuen. Und in dem Sinne würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Alles Gute. Und, äh, ja, ne? Wir sehen uns, Freunde. Ciao, ciao.